Ein gebrauchter Ford Mondeo ist hier zum Verkauf angeboten. Die silberne Limousine hat vier Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei 150.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2008. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 125 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017